hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen füller review hier bei mir bei big g's tintenkiste heute möchte ich gerne einen ja kann man sagen einen holy grail füller vorstellen den ich erst vor kurzem hier reinbekommen habe bei mir das ist der visconti homo sapien visconti ist eine firma aus aus italien hat ihren sitz in florenz und darauf ist visconti auch sehr stolz drauf und das zeigt sich hier zum beispiel auch an einem der markantesten merkmaler dieses dieses füllers zum beispiel hier dieser diesem diesem clip diesem gebogenen clip der angelehnt ist an die bekannte ponte vecchio brücke in florenz der visconti homo sapien zeichnet sich auch darum aus weil er aus einem material im gefertigt ist das sehr sehr ungewöhnlich ist bei füllen ja dabei den den visconti homo sapien gibt es in in mehreren materialvarianten die hauptvariante des homo sapiens ist hier aus diesem aus diesem gefertigten verbundstoff zwischen kunststoff und lavagestein wie es ist genau gemacht haben weil ich jetzt nicht also ich glaube nicht dass die jetzt aus einem einzelnen stück lavastein diesen füller quasi geformt haben ich glaube eher das ist aber nur eine vermutung also ist kein verdunt kein fundiertes wissen ist aber nur eine vermutung die haben wahrscheinlich das lavagestein zerkleinert zu einer art pulverform verarbeitet vielleicht mit kunststoffelementen vermischt und dann ja unter druck erhitzt und daraus dann den füller quasi geformt also ich muss sagen dieses lavagestein fühlt sich sehr sehr gut an sehr geschmeidig es riecht auch nach nach stein also wenn man schon mal einen kieselstein in der hand hatte dann weiß man genau wie das riecht na also also es riecht es riecht nach einem nach dem stein ja also da merkt man es ist ein naturmaterial ist es nicht künstlich irgendwie hergestellt worden oder so fühlt sich sehr gut an das gefühl ist ist eher so 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 seiten matt würde ich sagen und dieses lavagestein das ist feuchtigkeitsabsorbierend sagt man dazu also gerade für die leute die 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 schwitzige hände haben die werden diesen füller mögen weil dieses lavagestein absorbiert diese feuchtigkeit und zeigt dann quasi auch so seine schönste seite des füllers nämlich dass wenn dieses gestein diese feuchtigkeit eingesaugt hat dann färbt es sich dunkler als dieses gestein eigentlich ist also ich bin ich habe den füller bekommen von von stefan von daher mein der auch in deutschland visconti vertreibt auch wie auch sailor füller und auch die tinten unter anderem und als ich letztes jahr bei ihm gewesen bin da hat er mir mal so gezeigt zum klumpen von dem lavagestein vom mount etna aus dem dieser füller quasi gefertigt ist und die seit dieser dieses stück lavagestein was er mir in die hand gedrückt hat es war es sei eher aus wie ja sowieso ein dunkelgrauer stein ja noch ein bisschen staubig aber hat so gesehen noch keine ähnlichkeit gehabt jetzt also mit dem füller hier geht ja der füller der ist nicht billig also er kostet so im einkauf so zwischen also für leute so wenn man sich den füller kaufen möchte kostet er so zwischen ist also zwischen 500 600 650 so um den dreh je nachdem welche welche ausführung es ist ja und diese variante ziel das ist die bronze age variante da gibt es nämlich mehrere varianten standardmäßig haben wir einmal hier halt eben dieses dieses bronze age gefertigt mit diesen metall elementen aus aus richtiger bronze dann gibt es noch eine variante mit silber silbernen elementen und in schwarz der heißt dann dark age und dann gibt es noch eine variante für für einen also für den amerikanischen markt da ist ein anbieter der hat sich bei visconti diesen homo sapien auch mit diesem lavagestein in der somit mit roten metall elementen hier quasi gewünscht und auch bekommen das heißt dann der ist dann der homo sapiens magma wunder wunderschöner füller david parker also alias fickboot und pens hat diesen füller auch reviewt ja ich komme hier zu den weiteren spekt spektik von dem von dem füller wie gesagt diese ponte vecchio brücken ähnliche clip hat einen ja ein gesundes sei jetzt mal ein gesundes maß an anzug liegt sehr gut an der kappe hier an bekommt man am besten hier sowieso angehoben wenn man den wenn man das mit dem mit dem mit zeigefinger und dem daumen so anhebt und dann kann man sich den füller auch wunderbar in die hemdtasche stecken habe schon gemacht funktioniert wunderbar dann haben wir hier oben hier an der kappe ja dieses visconti logo das ist ein inlay also visconti hat bei vielen modellen dieses sogenannte my pens system was bedeutet dass man mit einem magneten dieses dieses plättchen mit dem logo herausnehmen kann und ersetzen kann durch andere inserz zum beispiel die edelsteine nachempfunden sind die gibt es in braun in rot in grün in blau glaube ich auch ja und man kann sich auch und es hat auch david parker gezeigt in seinem review dass man dass man sich auch so vielleicht so kleine plättchen anfertigen lassen kann mit seinem sternzeichen drauf oder mit seinem initialen drauf und dann hier hinein geben kann so kann man den füller so ein bisschen personalisieren wenn man das möchte und ja wir haben dann hier ein band auf dem steht homo sapiens auf der einen seite die andere seite die ist blank belassen haben auch hier aus bronze einen einen ring um den kolben mechanismus beziehungsweise dem power film mechanismus also man sieht es dem füller nicht an aber das ist ein 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 vakuum füller bis kontinent dieses vakuum füllsystem power filler ist aber im prinzip nichts anderes als jetzt zum beispiel hier beim twist be back 700 wo wir hier diese 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 metallstange im korpus drin haben die wir aktivieren indem wir den 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 knopf hier oben lösen herausziehen hier vorne ist dann so ein einem tropfen kann man sagen denn wenn man nach hinten zieht quasi die luft frei gibt und wenn man dann die feder ins tinten glas hinein steckt und den dem tropfen an der stange wieder zurückdrückt entsteht hier im korpus an einen einen unterdruck wodurch dann wenn es sich ab einem bestimmten punkt im korpus entlädt saugt sich dann quasi die tinte in den korpus mit hinein so so funktioniert das prinzip ist auch beim visconti homo sapiens so leider sieht man das jetzt hier nicht weil es halt kein durchsichtiger schafft ist aber es funktioniert wunderbar und wenn man jetzt die die kappe entfernt die kappe dass dieser kappen schlussmechanismus ist wunderbar also die meisten kenya so diesen also es gibt immer dieses dieses system mit mit dem aufstecken und also abstecken und aufstecken ja wie hier bei diesem füller dem namen 2000 oder halt eben einen einen schraubmechanismus wie hier beim pelican m1000 wo man wo man eine ganze drehung mindestens eine eine ganze also eine ganze drehung machen muss oder mehr oder auch ein bisschen weniger und im visconti hat man ja dieses dieses hook safe system das bedeutet die haben hier an dem griff der je nachdem wer den füller benutzt gerade richtig oder auch vielleicht ein bisschen zu kurz es kommt auch darauf an wie man diesen füller hält kann unter umständen so ein bisschen störend sein wenn man den füller ein bisschen weiter hier sogar also eher so mittig da kann man sich dann auch durch diese durch diesen mechanismus so ein bisschen gestört fühlen sage ich meine wer bei den füller dann war der sowieso hier eher hier so hält wie es eigentlich soll für den wir dieser füller wunderbar funktionieren ja dieses dieser mechanismus funktioniert einfach so man hakt es hier ein und schließt es dann ist das dann ist das hier mehr oder weniger fest wenn man es wieder lösen möchte einfach durchziehen öffnet sich das nicht also man muss die kappe ein bisschen drücken und dann kann man den füller quasi mit vielleicht einer viertel umdrehung öffnen das finde ich wunderbar weil das öffnen des g funks wird dadurch super schnell super einfach sehr super lässig ja der visconti homo sapiens das ist jetzt so eine einen das ist jetzt so die die neuere version also die eine alte version des visconti homo sapiens die wurden ausgeliefert mit einer 23 karat palladium feder nannte sich auch dream touch feder visconti hat das geändert mittlerweile liefern die den füller aus mit einer 18 karat gold feder ich vermute mal das hat auch den hintergrund weil weil es mit der palladium feder gab es immer wieder schwierigkeiten ja oft war sie überpoliert und hat aussetzer gehabt ganz schlimmer aussetzer was ja für die meisten leute ein sehr sehr großes problem ist ein ein und einen grund den füller nicht zu kaufen und der füller war bekannt gerade mit dieser palladium feder übermäßig flüssig zu sein also das heißt also wenn man damit geschrieben hat kam einem der füller vor wie so ein richtiger tinten verschwender ja und das das hat sich verändert also mit dieser dieser goldfeder hat sich das ist das verändert da hat es konnte sich auch verbessert genauso wie auch irgendwas konnte es in den griff bekommen hat vorgängermodelle hatten auch so den ruf dass sie gerade hier an diesen an diesen kanten schlecht verarbeitet waren dann war es noch eher rau und franzig franzige stellen hat man da gesehen deshalb zumindest ist bei dem bei dem objekt also bei diesem füller den ich jetzt hier habe habe ich das gefühl das ist wesentlich besser geworden also es ist viel viel besser verarbeitet so und bevor es losgeht noch so einen kleinen füller größenvergleich aber hier bis konnte homo sapiens bronze age dann wenn ich jetzt so vergleichen wollen würde mit so ein paar anderen füllern ich gehe jetzt mal so in dieses standard standard maßfüller dann haben wir hier einmal den den twist bt ist bico schon gezeigt wurden ganz kurz der lami 2000 dann ein pelican souverain 800 dann hier noch ein füller den ich geliehen bekommen habe zum zum reviewen das ist ein zweitwerk selbst gedrechselter füller aus serikoten holz von meinem kumpel christoph ja und vielleicht noch ein paar andere füller pelican m 1000 twispy back 700 dann ein caweco supra und hier ein diplomat excellence a2 skyline ja und weil es sich ein zuschauer von mir gewünscht hatte füller auch mal so zu zeigen im vergleich so die die fülle also die 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 fede die federgrößen ja da es wird wissen mich frigelei weil ich nicht so ein tray habe wo ich die füller hinein setzen kann muss man gucken wo ich was herbekommen also hier weder für der vergleich bis konnte homo sapien dann hier der twispy eco dann mal kurz bei twispy back 700 pelican m 1000 dann nehmen wir noch ein lami allstar so und dann ein noch hier der caweco supra ja also ist das lieber abonnent lieber zuschauer ist das so wie du das vorgestellt hast ja gebt mal feedback ja so jetzt dauert das einen moment das ist ja der nachteil ich muss sagen der 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 visconti homo sapien ist ein füller der mir richtig richtig gut gefällt so gut dass er dass er dem pelican m1000 wirklich schwer konkurrenz macht muss ich sagen ja okay gut dann zeige ich euch mal wieder 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 füller schreibt die kappe ist übrigens aufsteckbar ist finde ich persönlich aber nicht so praktikabel einfach weil weil die kappe ja selbst auch aus diesem lava gestein ist ein gutes gewicht mit sich trägt und den füller auch so ein bisschen aus der balance bringt deswegen würde ich vorschlagen das mache ich sowieso bei dem füller immer lieber umgekämmt so dann fange ich mal an also ich habe hier den eine visconti homo sapiens in der ausführung bronze age mit einer medium 18 karat goldfeder ja die tinte das ist da mein alexander dritt ja mal so ein kleiner testsatz das ist das ist das ist auch das ist ja wie gesagt also ich finde es ist er ja positiv dass das visconti diese 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 palladium fehler durch eine goldfeder ersetzt hat ja denn dadurch lässt sich die fehler so ein bisschen kontrollieren sie ist auch ein bisschen zuverlässiger muss ich sagen hat leider hat leider aber dadurch auch so ein bisschen an flex verhalten verloren was man der palladium fehler immer so gern nach sagt diese goldfeder die lässt sich zwar auch noch recht stark flexen ich möchte ich möchte das jetzt hier aber in der demonstration jetzt nicht übertreiben weil ich habe das ja bei meinem pelican im 1000 mal übertrieben und dann musste ich ihn zum lieben mislav lukacevic schicken nach österreich zum reparieren und das möchte ich jetzt in diesem fall mir ersparen ja aber es ist ja wenn man das möchte man bekommt schon ein gewisses maß an linienvariants heraus ja die 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 alten visconti federn aus palladium die hatten so den den ruf richtige wie gesagt das schon so richtige tinten vergoldet zu sein durch diese goldfeder hat sich das so ein bisschen erübrigt ne also sie sie lässt zwar immer noch genügend genügend tinte durch ja aber es hält sich jetzt im rahmen ja so und was so die zuverlässigkeit betrifft ich habe mit diesem füller also ich habe ihn jetzt ich benutze hier schon seit seit ein paar tagen und ich hatte jetzt nie wenn ich jetzt den füller normal verwendet habe in meiner normalen natürlichen schreibvariante also im winkel wie ich den füller halte nie aussetzer gehabt ja das hat man jetzt gerade gesehen ich hatte jetzt hier an irgendeiner stelle was habe ich kurz aussetzer gehabt liegt einfach da dran weil wenn ich in meiner natürlichen haltung so schreiben würde dann würde dass das bild hier sehr schnell also verschwommen werden und um das zu vermeiden halte ich den füller meistens so ja und das verändert wiederum menschen mit meinem schreibverhalten bzw den winkel und darum kann das dann eben passieren ja also der visconti ist nicht überpoliert der ist der hat kein kein babys bottom oder sowas ja das einzige was er hat ja das hört man ein bisschen ein bisschen feedback ja ist aber und das möchte ich gerne noch einmal betonen feedback ist nicht kratzen ja also viele leute die die mögen das nicht wenn ein wenn ein füller kratzt ich mag das auch nicht aber viele leute verwechseln auch kratzen einem feedback feedback ist einfach nur der ist der sound den die feder auf dem papier verursacht wenn man damit schreibt ja und selbst das ist für viele leute ein großes problem muss aber auch dazu sagen um jetzt mal so ein bisschen so die hersteller in schutz zu nehmen die hersteller die machen das meistens so wenn die eine feder anfertigen und auch bearbeiten bevor sie bevor sie den füller ausliefern die müssen immer von einem gewissen punkt aus anfangen ja also man muss immer bei einer feder ein gewisses maß einstellen sage ich mal weil der hersteller kann nicht wissen welche vorlieben derjenige hat der den füller sich kauft ja die einen mögen feedback die anderen wollen dass es super glatt smooth ist und so diese wünsche zu erfüllen ist schwierig ja deswegen deswegen macht es sowieso eigentlich jeder gerade die leute die sich so einen füller kaufen wie gesagt der füller der ist nicht billig und jemand der sich diesen füller kauft der ist in der regel schon ein bisschen länger in diesem hobby mit drinne und weiß auch schon wie man eine feder bearbeitet dass man sie ein bisschen flüssiger macht ein bisschen ein bisschen trockener macht ein bisschen smoother macht oder was auch immer jeder hat ein stückchen ja so zwölftausender schleifpapier zu hause und bearbeitet sich die feder dann sowieso so wie er es gerne hätte auch der liebe stefan von visconti deutschland vertrieb der benutzt seine eigenen füller ja auch die er auch verkauft und er selbst er hat auch von aurora so ein stückchen schleifpapier immer in seinem büro dass dass er das er immer herausholt um die feder so zu bearbeiten wie es für seinen eigenen geschmack gegeben ist er mag sie auch immer sehr 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 smooth und darum empfinde ich dass wenn ein füller ausgeliefert wird gerade wenn er in diesem preisbereich liegt dass er noch ein gewisses feedback gibt finde ich als absolut normal und auch absolut vollkommen in ordnung denn wie gesagt ein hersteller der hersteller der kann nicht wissen bei diesen vielen anzahlen an anderen kunden wie man die feder am liebsten hat deswegen schleifen die das und polieren die das auf ein gewisses maß als basis ja und jeder der sich diesen füller dann kauft muss natürlich dann auch schauen dass er sich die feder so bearbeitet wie er es am liebsten hat ne ja gut um natürlich auch noch mal die tinte zu zeigen im vergleich aber jeder swap von das ist so eine das ist so eine eine special tinte gewesen von pure pants in in england wird auch nur vertrieben im moment sogar immer noch ja also man bekommt die tinte nur bei pure pants oder auch nitsche pants ist so ein eine also eine marke eine firma und verglichen mit da ja mein smoke on the water verglichen mit daim ein aurora borealis verglichen mit robert oster fire and ice verglichen mit kbz azure nummer vier verglichen mit pilot iroshizuku kujaku und verglichen mit daim ein papier stift in jodpur es ist eine wunderschöne farbe ist eine schienentinte die mir sehr sehr gut gefällt und wie ich finde auch so ein guter match ist zum füller ja ansonsten kann ich vielleicht noch erwähnen wenn man diesen bronze age diese bronze age variante sich sich kauft ne also das gibt es aber nur bei dieser variante dass das man wenn man sich diesen bronze age kauft mit diesen bronze elementen hier wird er normalerweise immer ausgeliefert mit einem mit einem poliertuch der hintergrund ist einfach der es gibt menschen die mögen dass wenn man wenn 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 metall eine gewisse patina bekommt so wer das nicht möchte wer dieses metall immer schön neu und glänzend und mit einer frischen farbe genießen möchte der braucht halt ebenso ein poliertuch um finger dacia hier oder was auch immer wieder zu entfernen und es gibt unter den leuten die einen 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 homo sapiens bronze age haben so eine art hat mir stefan gesagt so eine art wettbewerb wer wer bekommt die schönste patina oder die die härteste patina an seinem füller ich persönlich ich habe jetzt diesen füller nicht geliefert bekommen mit einem poliertuch ist für mich ist aber auch kein großes problem weil ich bin ein freund von patina das macht den füller noch so ein bisschen individueller und zeigt auch der ist oft benutzt worden was ja auch gut ist denn ein füller ist zum nutzen da ja und wer das eben nicht möchte der braucht halt ebenso ein poliertuch ich hätte ein poliertuch da vom waldmann tango der ist ja auch aus sterling silber den man auch damit einigermaßen polieren ab und zu mal und könnte ich machen auch damit hier bei diesem füller wie gesagt ich mache es jetzt nicht aber normalerweise wird der fülle ausgeliefert mit einem poliertuch okay vorne ich glaube damit habe ich euch alle elemente des füllers gezeigt damit bin ich auch schon wieder am ende für heute ich hoffe es hat euch gefallen vielen herz dank fürs zuschauen vielen herz dank fürs zuhören habt ihr fragen dann fragt sehr gerne ich freue mich immer abonniert mich auch auch gerne ein like da lassen folgt mir auch auf instagram verlinkt habe ich das in der beschreibung und ansonsten sehen wir uns beim nächsten review freunde bis bald und ciao